Heute geht es nochmal um eine kleine Aufarbeitung von dem Gespräch mit dem extremen Veganer, der ja auch mit der militanten Veganerin auch die gleichen Argumente immer bringt, genauso wie unser Lichtblick und so weiter. Und da wollte ich heute nochmal so ein bisschen reingehen, so ein paar Dinge noch ergänzen. Ich weiß, den einen oder anderen nervt das da, aber die nerven genauso, also nerven uns doch alle gegenseitig. Und ich will einfach versuchen, so ein paar Punkte eben rauszuarbeiten, die ich auch in dem Gespräch gar nicht bringen konnte, weil er schon vorzeitig in irgendeiner Weise gar nicht kapiert hat, wo er denn eigentlich gerade ist und wahrscheinlich einen Gesprächspartner hatte, der über das hinausgeht, was er sonst so hört, nämlich ja, ich esse Fleisch, weil es mir schmeckt und er dann einfach intellektuell gar nicht hinterherkam. Und das werde ich heute eben einfach mal nochmal etwas detaillierter aufzeigen. Ihr findet unten drunter auch einen Artikel verlinkt, den ich geschrieben habe, zu diesem Thema, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, beziehungsweise gerne dann auch hier unter dem Video kommentieren, dann ergänze ich das da auch oder lade eben auch weiterhin gerne in Gespräche ein. Und ich will auch hier sagen, dass natürlich ich kein Ethikwissenschaftler bin, ich das Ganze auch nicht als Wissenschaft eben wahrnehme, beziehungsweise sehe und deshalb auch bestimmte Punkte gar nicht als so wichtig empfinde, wie eben immer wieder dargelegt wird. Die Ethik ist auch sehr komplex und kann auch aus verschiedenen Richtungen oder kann verschiedene in sich konsistente Bereiche eben enthalten. Das heißt, man kann verschiedene Bubbles aufbauen im Endeffekt, in denen man sich am Ende bewegt, ohne dass man jetzt irgendwie Lust hat, mal in die andere Bubble reinzuschauen, was man eben auch bei dem Extremveganer oder der militanten Veganerin etc. eben am Ende auch sieht. Also das hier ist meine persönliche Einschätzung, mein persönliches Empfinden und vielleicht kann man die ein oder anderen Sachen da am Ende doch rausnehmen. Am Ende geht es ja um die Frage, warum die Menschen überhaupt entsprechend dieses Empfinden vielleicht gar nicht haben für ein Tier, was sie für einen Menschen eben haben. Und da kann mir auch der beste Veganer nichts erzählen, dass er für den Tier exakt das Gleiche empfindet für den Menschen. Da kommen wir nämlich schon zum wichtigen Punkt, dass wenn man diese ganzen subjektiven Dinge nämlich außen vor lässt, dann ist man schon irgendwie völlig quatschmäßig unterwegs. Weil klar ist das jetzt ethisch, wissenschaftlich, du musst das an einem Punkt, an einer Eigenschaft festmachen und unterscheide doch bitte das Tier vom Menschen an dieser einen Eigenschaft, die objektiv ist, ist natürlich völliger Quatsch. Weil unser Zusammenlegen basiert auf extrem subjektiven und sozialen Strukturen. Das können wir nicht einfach weglassen, das ist völliger Blödsinn. Alleine in unseren Denkmustern ist dieses Subjektive stark verankert. Alleine dadurch, dass wir eben solche Sachen wie Serotonin, Dopamin etc. ausschütten, wenn wir eben über Menschen reden, über Menschen nachdenken, zeigt eigentlich schon, dass es mit dazugehört. Das heißt immer wieder diese Argumentation, nennen wir doch eine objektive Eigenschaft oder sonstiges, die das unterscheidet und dann rechtfertigt, ist Quatsch. Weil man müsste alle subjektiven Punkte ausblenden. Und wenn man das tut, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was spricht eigentlich dagegen, einen Menschen zu töten im Endeffekt, wenn man gar keine subjektiven Empfindungen, Verknüpfungen im Gehirn hätte oder sonstige Folgen oder sonstige Sachen zu erwarten hätte, wenn man einen Menschen tötet. Das könnte man den Veganer auch fragen und dann wird es nämlich sehr schwierig, weil er andersrum auch mit subjektiven Eigenschaften im Endeffekt dann argumentieren würde. Und das geht natürlich dann nicht, wenn man sich auf gleicher Ebene treffen möchte. Aber ich möchte zumindest versuchen, auch wenn es am Ende vielleicht falsch ist, einen objektiven Punkt eben anzubringen, der das Ganze trotzdem unterscheidbar macht, warum wir uns überlegen fühlen zu Tieren oder zum Beispiel auch anderen Menschen. Weil selbst bei den Menschen selbst machen wir Unterscheidungen, wenn sie bestimmte Einschränkungen haben etc. Und da muss man natürlich dann einfach mal ehrlich sein und sagen, das ist die Natur im Endeffekt und im Endeffekt spricht auch nichts dagegen, wenn man dann diese Unterscheidungen zwischen Mensch und Tier macht und dann eben auch Tiere isst oder eben tötet. Grundsätzlich muss man dann einfach sagen, wenn man alle subjektiven Eigenschaften eben wegnimmt, die man so anbringen kann, das heißt sowas wie die sozialen Verträge oder wir haben anderen Bezug zu Menschen als zu Tieren und solche Geschichten, dann ist das Ganze natürlich auch objektiv. Ja, da sind Mensch und Tier einfach nur eine Hülle, die da stehen und dann muss man sich eben tatsächlich fragen, was ist denn jetzt überhaupt richtig und falsch? Alleine die Tatsache, dass der Mensch im Gegensatz zu dem Tier eben in der Lage ist, diese Frage zu stellen, was ist richtig oder falsch? Was ist denn jetzt ethisch? Was ist denn Moral? Und diese ganze Komplexität, die damit natürlich einhergeht und in unserem Gehirn diese Möglichkeit überhaupt besteht, diese Komplexität auf eine subjektive und objektive Ebene zu bringen, das unterscheidet alleine schon den Menschen vom Tier. Ein Mensch ist grundsätzlich prinzipiell in der Lage mit seinen Strukturen, die er da oben hat, extreme, komplexe Denkmuster eben herzustellen und solche Fragen sich zu stellen, was ist richtig und was ist falsch? Das würde ein Tier eben nicht tun. Auch den Bezug oder die Verknüpfung von verschiedenen Sachen zueinander, das kann nur der Mensch im Endeffekt. Das sieht man sehr gut daran, wenn man jetzt sich Weideschussvideos zum Beispiel anguckt, dann sehen wir ganz klar, dass die Tiere zwar kurz aufschrecken, habe ich euch auch verlinkt unten, aber im Großen und Ganzen, die rennen nicht weg. Ja, die erschrecken sich kurz vor dem Schuss, die rennen aber nicht weg, stehen dann nicht um die tote Kuh herum, holen oder sonstiges oder machen irgendwas, sondern die fressen dann einfach weiter. Das heißt, die Komplexität, das in Verhältnis zu setzen, was passiert, die Kuh fällt da oben, ist die jetzt tot, die ist jetzt tot, könnte mir das jetzt auch passieren und so weiter, das passiert bei den Tieren nicht. Der Mensch ist dazu in der Lage, der Mensch kann entsprechend diese Verknüpfung herstellen. Oh, hier Waffe, oh, hier totes Tier, oh, ich sollte vielleicht wegrennen. Das machen die Tiere komischerweise nicht. Und da wäre ja schon der erste, wirklich auch objektive Unterschied, die Eigenschaft, die einen Menschen von einem Tier unterscheidet und zwar die Fähigkeit, das Potenzial entsprechend diese komplexen Denkmuster überhaupt zu entwickeln oder zu bekommen. Und genau da hat der extreme Veganer einfach völlig sein Gehirn anscheinend ausgeschaltet, denn ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass der Mensch grundsätzlich bei der Zeugung ja schon dieses Potenzial hat. Und dass man es aufgrund dieses Potenzials zeugt. Das heißt, wenn ich feststelle, dass ein Mensch dieses Potenzial nicht entwickelt, diese Eigenschaft nicht hat, zum Beispiel ein Baby, was dann eben eine Behinderung bekommt, dann wird das zum Beispiel oder kann abgetrieben werden. Das können natürlich die Eltern bzw. Ärzte etc. dann entscheiden, wenn dieses Kind eine Krankheit, egal ob physisch oder psychisch, eben bekommen kann, kann man sich entscheiden, entsprechend dieses Kind abzutreiben und dieses Leben dann eben auch aktiv zu beenden. Das heißt, auch da machen wir schon innerhalb des Menschen einen Unterschied bei der Komplexität des Denkens und des Seins, was man eben dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind mit sehr starker Behinderung zur Welt kommen würde, eventuell hätte und dann auf der Ebene von einem Tier wäre, was jetzt die Denkmuster oder die Komplexität betrifft, dann entscheiden wir selbst beim Menschen dieses Kind eventuell eben abtreiben zu lassen. Genauso sieht es aus bei der Sterbehilfe bzw. bei Menschen, die im Koma sind etc. Das heißt, wenn Menschen eben hier entweder selbst den Wunsch äußern, die Angehörigen das tun, die Ärzte das tun oder es eben wahrscheinlich ist, dass dieser Mensch, wenn er aus dem Koma wieder aufwacht, diese komplexen Denkmuster eben nicht mehr haben könnte, dann entscheidet man sich anscheinend dazu, diese Geräte eben abzustellen. Und das ist heutzutage eben möglich. Das heißt, da unterscheiden wir auch nicht einmal bei diesem Punkt, bei dieser Eigenschaft der Komplexität zwischen Mensch und Tier, sondern wir töten beide im Endeffekt, wenn diese Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Das ist natürlich auch ein subjektives Einzelempfinden und Entscheidung, dass man natürlich auch sagt, okay, ich möchte dieses Kind halt eben auch zur Welt bringen, ich nehme die Belastung vielleicht auf mich. Dieses Kind bedarf natürlich dann auch einer besonderen Behandlung, Fürsorge, medizinische Fürsorge, die wir auch nur hier entsprechend in der westlichen Welt bieten können. Wenn das bei einem Naturvolk passiert wäre, dann wäre die natürliche Auslese sofort eben vollstatten gegangen und entsprechend würde dieses menschliche Leben dann eben auch nicht überlebensfähig gewesen. Das heißt, wir haben hier das Privileg im Endeffekt, durch unsere Strukturen, durch unsere komplexen Denkmuster, auch Menschen, die eben solche Einschränkungen haben, mit durchzubekommen und uns um diese Menschen auch zu kümmern. Was natürlich hier bei uns auch viele moralische Fragen aufwirft. Alleine das, was ich gerade genannt habe, die Abtreibung beispielsweise oder die Sterbehilfe etc. All diese Sachen werden bei uns in der Gesellschaft ja heiß diskutiert. Die kann man nicht an objektiven Dingen festmachen, sondern es ist eine subjektive Entscheidung der Gesellschaft, der Ärzte, der Angehörigen, ob man eben ein Leben dann beendet oder nicht. Nicht nennen wir eine objektive Eigenschaft, die entsprechend dann entscheiden sollte, dass man einen Menschen im Koma oder einen Fötus, der jetzt eine Behinderung ausentwickeln könnte, dass man dieses Leben dann eben nicht beendet. Kann man eben auch nicht. Und deshalb halte ich diese ganze Diskussion um dieses Nenne mir eine Eigenschaft, die objektiv sein muss und das ist doch Ethik, Wissenschaft und was auch immer für völligen Bullshit, weil das in unserer Gesellschaft, die wir eben subjektiv hier behandeln, überhaupt nichts zu suchen hat. Ein Mensch könnte ohne diese, ja ohne dieses komplexe Denken, ohne diese komplexen Fähigkeiten, die ein Tier jetzt eben nicht hat, könnte er alles mögliche auch erschaffen im Endeffekt. Er könnte in die Zukunft schauen, er könnte für die Zukunft irgendetwas Neues erschaffen. Und eben genauso wie auch solche Sachen wie Wissenschaft, Moral, Ethik überhaupt nachdenken. Und wenn man jetzt sagt, dass entsprechend ein Mensch mit Behinderung das im Endeffekt nicht kann, dann ist es natürlich so, dass wir diesen Menschen auch irgendwie anders behandeln. Ja, sie bekommen beispielsweise in Behindertenwerkstatt weniger Geld. Sie werden hier und da überall anders behandelt. Selbst da hat man das Gefühl, dass sie von der Gesellschaft eben als minderwertig angesehen werden. Alleine wie man mit manchen Menschen dann eben spricht, nicht wie ein normaler Mensch, sondern wie ein Kind beispielsweise. Das zeigt ja eigentlich schon, dass da auch in irgendeiner Weise Unterschiede gemacht werden. Und ich persönlich würde das natürlich jetzt auch nicht machen. Ich würde auch nicht sagen, man müsste jetzt Behinderte töten oder alte Menschen töten oder sonst was. Weil bei mir natürlich auch subjektive Empfindungen da dran hängen, ganz klar. Und dementsprechend macht man das eben auch hier nicht. Und deshalb lasse ich mich auch sicher nicht auf die Schiene herab, dass man jetzt sagt, ja, man müsste solche Menschen dann ja auch töten. Weil das natürlich alle subjektiven Faktoren außen vor lassen würde und dementsprechend Quatsch ist. Ein Tier hingegen hätte mit den Einschränkungen, die es eben gegenüber den Menschen hat, also dieses komplexe Denken, ein Tier ist vollständig alleine überlebensfähig mit den minimalen Bedürfnissen, die es eben im Endeffekt hat im Gegensatz zu Menschen. Es hat deutlich weniger Bedürfnisse, es hat eben deutlich weniger Denkstrukturen, die es benötigt, um eben zu überleben. Bei einem Menschen ist das eben deutlich mehr. Und da muss man einfach sagen, dass wir natürlich anderen Menschen helfen, um da durchzukommen, weil es Schicksalsschläge sind. Weil diese Menschen, die diese Einschränkungen haben, die können im Endeffekt nichts dafür, dass sie diese Einschränkungen haben. Sie sind eingeschränkt in ihrem ganz normalen Leben, was sie eigentlich potenziell haben könnten. Ja, sie hatten da in der Hinsicht natürlich Pech. Ein Tier ist da nicht eingeschränkt. Ein Tier hat sein volles Potenzial, wenn es dann eben auf die Welt gebracht wird, auch wenn es am Ende ein Nutztier ist. Und wenn es dann entsprechend die Bedürfnisse, die es hat, gedeckt bekommt, dann ist es am Ende natürlich auch völlig okay, dass wir dieses Tier als Nahrungsmittel heranziehen. Wenn wir aber nicht in der Lage sind, diese minimalen Bedürfnisse des Tieres auch zu decken, das heißt, diese Tiere tatsächlich, wie eben damals die Hühner in Käfighaltungen, auf engstem Raum gehalten werden, wo sie keine Möglichkeit hatten, zu schaben, irgendwo draußen auch mal Würmer zu fressen oder was auch immer, das Futter eben nicht ausreicht und und und. Dann ist es natürlich nicht korrekt, diese Tiere auf diese Art zu halten, wenn die minimalen Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Für mich bleibt am Ende so dann einfach nur stehen, dass man eben sowohl subjektiv als auch objektiv natürlich Unterscheidungen machen könnte zwischen Tier und Mensch. Man behandelt eben Tiere anders als Menschen. Man kann aber den Tieren die Bedürfnisse decken, ein leidfreies Leben ermöglichen, aber dafür natürlich im Austausch am Ende auch das Fleisch, Milch, Eier eben dafür bekommen. Und da spricht aus meiner subjektiven Wahrnehmung eben auch überhaupt nichts dagegen. Da stelle ich einfach meine Bedürfnisse auch über die des Tieres, was eben das, ja, das, oder den Überlebensinstinkt, der ist es ja nicht. Aber der Wille zum Leben vielleicht, wobei der Wille zum Leben, der tritt ja auch nur dann auf, wenn du auch entsprechend im Überlebenskampf in irgendeiner Weise bist. Und da ist die Natur deutlich härter. Wenn die Tiere draußen irgendwo in der Natur stehen würden, wo es eben Raubtiere gibt, die sie jederzeit reißen könnten, dann sind sie die ganze Zeit irgendeinem Stress ausgesetzt, müssen sich umgucken, können kaum richtig schlafen wahrscheinlich und so weiter und so fort. Sind mehrmals in der Woche vielleicht unterwegs und werden gehetzt von irgendwelchen Tieren. Das heißt, das da draußen, das ist ein Überlebenskampf. Auf der Weide, das ist kein Überlebenskampf. Und da man dem Tier ja vorher schon das Leben gegeben hat im Endeffekt, selbst wenn es dann einen Überlebenswillen hat, hat man ihm ja einen gewissen Zeitraum an Lebenswillen gegeben. Sonst hätte es gar kein Lebenswillen gegeben, also wenn dieses Tier gar nicht da gewesen wäre. Und deshalb spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man das Tier unter diesen ordentlichen Umständen dann eben auch zum Verzehr nutzt. Und das eben auch für den Menschen dann nutzbar macht, um einen Mehrwert daraus zu ziehen, den man sonst vielleicht nicht hätte. Sowohl für die Umwelt, für den Kreislauf, für die Gesundheit, als auch für alles andere. Man könnte viele Sachen damit eben deutlich gut verargumentieren, warum man eben auch Fleisch oder tierische Produkte generell essen kann. Also, ich hoffe, das war jetzt mal eine kurze Zusammenfassung für euch. Wenn euch das detailliert interessiert, dann schaut gerne nochmal unten in den Link auf die Homepage. Lest euch das durch und schreibt mir da gerne eure Gedanken nochmal zu. Wenn ihr halt anderer Meinung seid bei bestimmten Punkten, wie zum Beispiel dem Lebenswillen im Allgemeinen. Ja, was ist das eigentlich? Wie wird das überhaupt definiert? Wie äußert sich das überhaupt? Wie kann ich das äußern? Wie kann ich das überhaupt objektiv messen, diesen Überlebenswillen? Überlebenswillen. Ich dachte, wir machen hier nichts Subjektives, sondern was Objektives. Und da müsst ihr mir natürlich dann auch entsprechende Argumente irgendwie bringen. Und das kann man bei solchen Punkten leider nicht. Das geht nicht. Deshalb endet da auch die Diskussion für mich jetzt so langsam. Weil genau diesen Punkt mit dem Lebenswillen im Endeffekt, den haben wir auch bei Kindern, die wir abtreiben. Den haben wir auch bei Menschen, denen wir Sterbehilfe geben, wo wir Geräte abstellen und so weiter und so fort. Wir haben dieses Überlebenswillen, das haben wir an vielen Punkten durch unser Handeln hier sowieso schon überall minimiert oder verringert. Das heißt, wenn da irgendwelche Kinder in Minen arbeiten, um hier entsprechend unsere Elektronik zu bekommen, wenn eben für Katar, für die Fußball-EM da irgendwie tausende Sklaven im Endeffekt draufgehen und das interessiert sowieso keine Sau, dann weiß man einfach, dass entsprechend dieser Punkt des reinen Überlebens im Endeffekt völliger Quatsch ist. Dass man den auch nicht anbringen könnte, um irgendwie zu sagen, wir dürften jetzt gar nichts mehr. Weil dann müssten wir uns, wenn das der Punkt ist, dann müsst ihr euch tatsächlich einsperren, dürft nicht mehr mit dem Auto fahren. Und da hat der extreme Veganer nämlich auch kein Gegenargument gebracht. Weil wenn am Ende nur dieser eine Überlebenswille dann dieser Punkt ist, dann ist auch verboten, mit dem Auto zu fahren, mit dem Zug zu fahren, wo dann entsprechend Millionen von Insekten vorne an die Scheibe kommen. Denn auch die Insekten haben am Ende natürlich einen Willen, am Leben zu bleiben. Sie würden alles dafür tun, eben nicht zu sterben. Und trotzdem macht der extreme Veganer oder die militante Veganerin das eben doch an verschiedensten Stellen. Also das kann nicht der Punkt sein. Und dementsprechend hoffe ich, dass euch dieses Video hier jetzt zumindest, naja, vielleicht lässt es den einen oder anderen wieder über die Schwänge diskutieren. Und ich bin auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich auch nichts mehr aufnehmen kann. Im Endeffekt, ich habe in die andere Bubble reingeschaut. Aber ich sehe da eben bei den grundsätzlichen Fragen, sehe ich da auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise ein anderes Gefühl zu entwickeln, was Objektives zu entwickeln. Es gibt nichts Messbares oder Sonstiges. Es gibt da einfach nichts. Und dementsprechend bleibt es ein subjektives Empfinden, ob wir Tiere essen oder nicht. Und deshalb tue ich das auch, weil wir eben bei anderen monatralischen Fragen eben genau das gleiche Problem haben. Trolley-Problem zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber schreibt ihr unten rein, ob ihr eine Lösung dafür habt. Diskutiert gerne mit mir, kommt in den Livestream, in den Video, wie auch immer ihr wollt. Ja, diskutiert mit mir über dieses Thema. Versucht mir irgendwelche anderen Sachen noch vorzubringen. Und ansonsten lasse ich mir mein Steak eben schmecken, meine Eier schmecken. Und das solltet ihr auch tun. Lasst euch nichts von diesen Leuten erzählen, die euch irgendwie etwas aufzwingen wollen. Euch am Ende als irgendwie Nazis oder irgendwie Rechtsradikale oder sonst was, Rassisten hinstellen, weil dann irgendwie Rassismus genau das gleiche ist wie Tiere essen und solche Geschichten. Lasst euch nichts erzählen von diesen Bländern. Das ist alles in der Hinsicht Quatsch. Das Tierleid zu reduzieren, Massentierhaltung zu verbessern, solche Geschichten völlig in Ordnung, das zu tun. Aber eben grundsätzlich die Frage zu stellen, darf man Fleisch essen oder nicht, dafür gibt es keine richtig oder falsch Antwort meiner Meinung nach. Daumen hoch, kommentiert, schaut euch den Artikel an und bis zum nächsten Video.